Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Da sind wir auch schon wieder zum Lesemonat März auf meinem kleinen, aber feinen, aber doch sehr leihenhaften Literaturkritik-Kanal. Ich hoffe, euch ist es im März gut ergangen. Mich haben die letzten Wochen wieder einige spannende Bücher begleitet und ich freue mich sehr, euch diese Bücher jetzt vorstellen zu können. Ihr könnt mich wie immer in den Kommentaren wissen lassen, welche Bücher euch durch den März begleitet haben. Ich freue mich immer, von euch in den Kommentaren zu hören und dann wünsche ich euch sehr viel Spaß mit meinem Lesemonat März. Griechischstunden von Han Kang gehörte für mich zu einer der Neuerscheinungen, auf die ich mich dieses Jahr wirklich gefreut habe, weil ich habe alles weggelesen, was es von Han Kang auf Deutsch zu lesen gibt. Das ist das fünfte Werk von ihr, das ich gelesen habe. Und Griechischstunden gehörte zu ihren früheren Werken, also es ist vor über zehn Jahren bereits erschienen. Und als ich das Buch zu Ende gelesen habe, habe ich mir auch ein bisschen selbst zusammenreimen können, warum es erst so spät erschienen ist, aber dazu später mehr. Wir haben hier tatsächlich eine Frau, die nicht mehr sprechen kann und die Griechischstunden nimmt. Und wir haben einen Griechischlehrer, der sein Augenlicht verliert. Und eigentlich geht es um gar nicht so viel in dem Buch, außer um die beiden. Es geht um die vielen Nuancen, die bei Worten dazwischen stecken. Es geht um die vielen Aspekte, die damit hineinspielen, was es heißt, jemanden eine Botschaft senden zu wollen, was es heißt, jemanden was sagen zu wollen. Und wie es dann eben für einen Menschen ist, der andere Wege gehen muss, um sich auszudrücken oder um die Welt wahrzunehmen, wie es dann für so einen Menschen ist, mit der großen Welt der Worte und der großen Welt der Sprache konfrontiert zu sein. Es ist eins ihrer stillsten Werke. Ich nehme Han Kang als sehr ausdrucksstarke Autorin wahr, als eine Autorin, die einfach sehr starke Geschichten schreibt, in denen so eine Wucht steckt, die nicht die einfachsten Geschichten schreibt, aber die eben Geschichten mit großem Potenzial schreibt. Die Geschichten schreibt, wo einem manchmal gewisse Dinge um die Ohren fliegen, die man so in den Geschichten gar nicht erwartet hätte. Und deswegen würde ich auch so weit gehen zu sagen, dass es für Han Kang irgendwie ein typisches Werk ist, aber für Han Kang gleichzeitig auch ein ungewöhnliches Werk ist, weil es eben so still ist. Es ist wirklich ein Roman, der kaum was sagt. Aber ich glaube, genau dieses kaum was sagen ist hier mehr als gewollt. Also für mich wäre es auch ein bisschen absurd gewesen, wenn Han Kang eine Geschichte über eine Frau schreibt, die die Fähigkeit zu sprechen verliert, also nicht mehr sprechen kann. Und wenn dieses Werk einen dann mit seiner Wortgewalt erschlagen hätte. Ich glaube, das hätte nicht ganz gepasst. Ich glaube eben, Han Kang hat sich sehr bewusst dafür entschieden, dieses Buch und diese Geschichte ohne großes Tamtam zu schreiben. In einzelnen Ecken dieser Geschichte findet man schon tiefere Gedanken. Es geht viel darum, welche Machtworte haben, wie man sich für manche Dinge im Leben ein Wort wünscht, das so vieles vereinen könnte und wie manche Worte wunderbare Dinge vereinen, obwohl sie eigentlich nicht so gemeint waren. Es geht viel darum, wie Sprache überleben kann heutzutage und was der Tod einer Sprache ist. Und deswegen werden sich da Menschen, die gerne lesen und gerne Bücher lesen, auch sehr gut wiederfinden in den ganzen Gedanken, wo es eben darum geht, welche Machtworte haben können. Nichtsdestotrotz, macht man hier zwischendurch eine Durststrecke durch, weil man irgendwann an dem Punkt kommt, wo man die Protagonisten kennengelernt hat, aber selber irgendwie mit dem Gefühl dasteht, was soll denn jetzt noch kommen? Und dieses, was noch kommt, das kommt sehr spät. Das kommt auch nicht mit Pauken und Trompeten, aber es kommt auf leisen Schritten. Deswegen ist es stilistisch wahrscheinlich korrekt, wie Han Kang diese Geschichte aufgebaut hat, wie sie die Geschichte dieser zwei Menschen erzählt hat. Aber ich verstehe auch, dass viele Menschen sagen, dass es eben nicht viel ist, was Han Kang hier erzählt. Ich brauchte hier auch einen kleinen Moment, um wirklich in die Geschichte reinzukommen. Ich musste mich erst mal sortieren, wer bin ich und wie viele und vor allem, welche Vergangenheit haben diese Protagonisten. Wir springen immer ein bisschen in den Gedanken und in den Erinnerungen, die den einzelnen Protagonisten einfallen. Und deswegen brauchte ich eben einen kleinen Moment, um mir sicher zu sein, wer ich bin und zu welcher Zeit ich bin. Und auch wenn wir mit den Protagonisten in ihrem Alltag dann verschiedenste Themen streifen und in den Erinnerungen verschiedenste Themen streifen, ist es doch nicht so, dass man wirklich ein Thema als wirklich besonders hier herausgreifen könnte. Es ist schon eher lose wirkend und wir bekommen einzelne Impulse aus dem Leben der Protagonisten mit. Aber es lädt sich irgendwie nicht mit Dramatik auf. Also das, was man eben an dem Werk erwartet, dass irgendwie ein Spannungsaufbau stattfindet und alles irgendwie dramatisch aufgeladen wird, um dann eben an diesem einen Punkt zu explodieren. Man hat das Gefühl, das passiert nicht wirklich. Aber ich glaube, wie gesagt, bei einem Buch, wo es darum geht, die Dinge anders wahrzunehmen, beziehungsweise bei einer Thematik, wo man sich die Frage stellt, wie ist es denn, wenn die Dinge anders wahrgenommen werden? Kann dann etwas, das eben ganz leise ist, von Natur aus trotzdem noch wahrgenommen werden? Und ich glaube, das war so ein bisschen der Gedanke hinter dem Allen, dass eine sehr leise Geschichte für zwei Menschen doch irgendwie der Urknall gewesen sein kann. Wie gesagt, ich verstehe aber auch, wenn man dieses sehr lose, wenn man dieses um was geht es hier überhaupt, wenn man dieses irgendwie fehlt irgendwas, wenn man das nicht zulassen kann und wenn man das einfach nur als Fragezeichen stehen lassen muss, weil man irgendwie nicht weiß, was Han Kang sich dabei dachte. Da kann ich mir eben schon vorstellen, dass es für viele eben dann so wirkt, als wäre das eines der schwächeren Werke von Han Kang. Aber ich glaube, mir zumindest fehlt einfach die richtige Antenne für so eine leise Geschichte. Ich bin mir sicher, irgendjemand da draußen liest das Werk und geht in diesem Werk auf und nennt es sein Lebenshighlight überhaupt. Aber ich glaube, bei Han Kang kommt es eben ganz arg darauf an, ob man die Antenne hat. Man bleibt ja auch mit einem sehr diffusen Gefühl zurück. Also man hat nicht das Gefühl, dass sich irgendwas geklärt hat. Aber wieso denkt man denn auch immer, dass sich alles klären muss? Wieso denkt man denn, dass eine Wahrnehmung so eindeutig sein muss? Dass sie im Endeffekt eine Wahrheit darstellt und eine Entscheidung darstellt. Vielleicht kann das einfach alles so als Wahrnehmung in der Luft hängenbleiben, als Geschichte in der Luft hängenbleiben, als Geschichte, die eben ein bisschen anders wahrgenommen werden muss. Ich würde im Endeffekt auch sagen, dass es eins der schwächeren, aber eben auch eins der stilleren Werke von Han Kang ist. Und ich glaube eben dadurch, dass sehr wortstarke und sehr laute Werke von ihr übersetzt wurden, sind so stillere Werke eben dann ein bisschen schwieriger zu fassen, wenn man eben sonst eine sehr starke Han Kang gewöhnt ist. Und wenn man bedenkt, dass dieses Werk eben nicht so zugänglich ist wie ihre anderen Werke und wenn man bedenkt, dass man eben mit diesen Diffusen, was dieses Werk an sich hat, eher eine schwierige Zeit hat, dann verstehe ich, dass das nicht das erste Werk von Han Kang war, das auf Deutsch übersetzt wurde. Dann verstehe ich, dass da erst die anderen Werke kamen, die dann auf Deutsch kamen, bevor man dann eben gesagt hat, es ist Zeit, Griechischstunden zu übersetzen, weil es eben ein Werk ist, mit dem ich glaube ich ziemlich verloren dagestanden wäre, wenn das mein erstes Werk von Han Kang gewesen wäre. Deswegen an alle, die noch kein Han Kang gelesen haben, nicht mit Griechischstunden anfangen. Ich finde, in ihren anderen Werken ist sie einfach viel ausdrucksstärker. In ihren anderen Werken stehen andere Dinge im Fokus, die man eben deutlich mitnehmen kann, andere Dinge im Fokus, die man deutlich für sich bearbeiten kann. Da tut man sich, als jemand, der Han Kang entdecken möchte, kein Gefallen, wenn man mit Griechischstunden in Han Kang einsteigt. Ich habe dieses Werk zusammen mit meinem Mann gelesen und mein Mann kannte nur Deine kalten Hände von Han Kang und dann hat er mit mir zusammen Griechischstunden gelesen. Er sagt auch, man merkt sofort, dass es Han Kang ist. Also auch jemand, der nur einen Han Kang vorgelesen hatte, er hat auch sofort gesagt, sie hat einfach ihre Art, wo man merkt, dass sie es ist. Das Buch fühlt sich nach dem Beenden so an, als wären wir uns einfach tausendprozentig sicher, dass wir eine Aufgabe von Han Kang bekommen haben, aber wir wissen einfach nicht was. Keine Ahnung, Leute. Man sitzt da, man denkt, da war was. Für mich passt es, wenn man bedenkt, um welche Thematik es geht. Für mich ist es trotzdem nicht mein liebster Han Kang, aber für mich hat es einfach dazugehört, als Han Kang-Fan, dass ich auch dieses Werk von ihr lese. Han Kang hat trotzdem ein Händchen dafür, die Geschichten so zu schreiben, dass ich dranbleiben kann, dass mich die Geschichten interessieren, dass mich die Gedanken interessieren, dass mich einzelne Aspekte der Geschichte mitnehmen. Auch wenn diese Geschichte vom Plot und von den Bildern, die sie entstehen lässt, jetzt nicht die lauteste, stärkste Geschichte ist. So ist es doch eine Geschichte, wo ich nie darüber nachgedacht habe, es abzubrechen. Eine Geschichte, die ihren eigenen Zauber hatte, ihre eigenen Nuancen hatte, aber bei der ich auch überzeugt davon bin, dass es für viele eben zu wenig Nuancen sind oder zu stille Nuancen sind. An diese Art des Geschichtenerzählens von Hiromi Kawakami hat mich diese Geschichte hier erinnert. Es ist natürlich auch eine stilistische Entscheidung, ein Bild so zu malen oder ein Bild so zu malen. Han Kang hat Bilder, die sind vollgemalt mit literarischer Imposanz und hier hat sie eben ein sehr minimalistisches Bild gezeichnet. Aber ich denke, wenn die richtigen Augen auf dieses minimalistische Bild treffen, dann kann auch das hier für viele ein Highlight werden. Ich werde weiterhin alles von Han Kang lesen, was von ihr auf Deutsch übersetzt wird. Sie fasziniert mich immer wieder. Auch wenn sie immer wieder anders ist, ist sie doch immer wieder Han Kang und ich liebe sie so sehr. Und endlich ist es soweit. Ich habe Michelle Welbecks Karte und Gebiet gelesen und somit habe ich alle Romane von Michelle Welbeck gelesen. Yay! Michelle Welbeck dürfte im einen oder anderen ein Begriff sein. Er ist literarisches unfortterrible Frankreichs. Er eckt gerne an, aber er gilt eben auch als Messer scharfer Beobachter der Gesellschaft. In vielen Romanen hat er Dinge vorhergesagt, die dann einfach so eingetroffen sind. Bauernstreiks. Und auch wenn Michelle Welbeck jetzt nicht der einfachste zum Lesen ist und auch wenn ich manchmal mit ihm verzweifle und denke, was soll das bedeuten, so bringt er es doch immer wieder zustande, mich zu bewegen, meine Welt zu bewegen, mir Gedanken über Dinge zu machen und mir Gedanken über die Gesellschaft zu machen. An diesem Punkt hört es sich für mich auch ein bisschen komisch an, wenn ich sage, Karte und Gebiet ist kein typischer Welbeck, weil ich an diesem Punkt auch selbst nicht mehr weiß, was eigentlich noch ein typischer Welbeck sein soll. Karte und Gebiet ist von all dem, was ich von ihm gelesen habe, doch eher ein untypischer Welbeck. Wir begleiten hier den Künstler Jet Martin, der durch Fotografien berühmt wird. Jet Martin ist eigentlich typisch Welbeck kein Überflieger, also er ist gerade so okay, nur seine Kunst, die ist sehr erfolgreich. Allgemein befassen wir uns also sehr viel mit der Kunst, der Kunstszene, damit wie man heute der Überflieger sein kann und morgen interessiert sich kein Mensch für einen. Wir befassen uns viel mit dem Wert von Kunst, was den Wert von Kunst ausmacht. Aber trotzdem nimmt dieses Werk nicht den üblichen Lauf, den so eine Geschichte nehmen würde. All die Abzweigungen, wo man denken würde, die hätte Michel Welbeck jetzt genommen, um seine Geschichte so zu erzählen, wie er sie sonst erzählt, die nimmt er hier nicht. Diese ganze Geschichte bekommt plötzlich eine andere Nuance, eine andere Einfärbung. Wir befassen uns plötzlich mit einer anderen Art einer Geschichte. Und wenn ich euch das jetzt erzähle, was dieses Werk ist und was dieses Werk dann wird, dann passt es eigentlich wunderbar zu unserem Künstler Jet Martin, der in seiner Kunst eben auch immer wieder Dinge verändert und von der einen Kunst in die andere Kunst geht. Von dem her tritt man manchmal auf so eine Metaebene, wenn man dann wieder über das Buch spricht und dann werden einem erst Dinge klar, dass Welbeck mit diesem Werk gemacht hat, was der Künstler in diesem Werk mit seiner Kunst macht. Ich habe jetzt das Buch erst verstanden. Es ist nun mal so, dass ich mich nicht besonders gut mit Kunst auskenne. Schon gar nicht mit moderner Kunst. Nicht, dass ich mich mit antiker Kunst besser auskenne, aber da verstehe ich noch eher, wieso das als Kunst angesehen wird. Ich bin so der Typ Mensch, wenn ein schwarzer Streifen auf ein weißes Papier geklatscht wurde. Für mich ist es keine Kunst. Für mich gehört ein bisschen mehr dazu. Und de facto ist es so, ich liebe Bücher und Literatur einfach so, so sehr, so, so sehr. Es fällt mir einfach schwer, noch Muse für eine andere Kunstform übrig zu haben. Deswegen kann ich euch sagen, wenn ihr mit Kunst oder diesem Zirkus, der eben um die Kunstwelt herum gemacht wird, überhaupt nichts anfangen könnt, hier seid ihr volle Kanne damit konfrontiert. Natürlich läuft alles danach, was gerade in ist. Natürlich läuft alles danach, was die Leute mit viel Geld gerade bezahlen wollen, worauf die Menschen mit viel Geld gerade stehen. Und im Umkehrschluss steckt natürlich dann automatisch die Frage, für wen wird diese Kunst dann gemacht? Wenn diese Kunst dann eh einen Preis hat, die dann Normalsterbliche niemals zahlen könnte. Also gibt es den Kunstbetrieb nur, weil die Reichen schöne Bilder haben wollen? Gibt es Kunst nur, weil die Reichen schöne Bilder haben wollen? Ist das der Kern unserer Kunstindustrie, unserer Kunstszene? Das Alleinstellungsmerkmal dieses Werkes ist die Tatsache, dass Michel Houellebecq sich selbst in dem Werk auftreten lässt. Also er hat eine Geschichte geschrieben, in dem der Schriftsteller Michel Houellebecq vorkommt. Unser Künstler hat Kontakt mit Michel Houellebecq. Ich finde es fair und herausragend von Michel Houellebecq, dass er sich nicht so dargestellt hat, wie man es vielleicht meinen würde. Dass er sich selbst auch nicht aus dem Ganzen rausnimmt, dass er auch ehrlich zu sich selbst sein kann und sagen kann, das ist vielleicht der Michel Houellebecq, den man antreffen könnte. Was hätte er einfach diese Chance nutzen können, uns von einem Michel Houellebecq zu erzählen, den wir alle lieben würden. Aber was macht unser Michel Houellebecq natürlich? Er lässt uns auf einen sehr puchen, sehr authentischen Michel Houellebecq treffen. Und deswegen liebe ich ihn, weil er sich selbst aus seinem ehrlich zu sich selbst sein und ehrlich zu der Welt sein nicht rausnimmt. Ich war so gespannt, wie der Autor Michel Houellebecq sich selbst in einem Roman beschreiben würde. Es ist ja irgendwie auch fast so eine schriftstellerische kleine Übung. Lasse dich selbst in einem Roman auftreten. Wie würdest du dich beschreiben? Und da hat er sich eben nicht den einfachsten Weg gesucht, sondern einen Weg gesucht, mit dem er wahrscheinlich noch mal was klar machen wollte, mit dem er aber gleichzeitig sagt, hör zu, ich bin auch nur ein Mensch. Und auch wenn sich dann im weiteren Verlauf von Jets Geschichte eben ein paar Themen hinzugesellen, die Jett eben belasten und die er eben bearbeiten muss, wie die Beziehung zu seinem Vater, wie dieses Familienunglück, das über seinem Leben schwebt, wie seine zerrüttete Beziehung. So wird es aber nie ein ganzes Rundes bei Jett. Also ich habe das Gefühl, wir lernen ihn nur in seiner Kunstsache wirklich kennen und alles, was ihn privat irgendwie bewegt, da findet man überhaupt gar keinen Zugang zum Protagonisten. Er ist so unnahbar, er ist so als Mensch schwierig einzuschätzen. Ich habe das Gefühl, ich habe die ganze Zeit mit einem Fremden verbracht oder zumindest mit einem Mensch, der so passiv war, dass ich nicht mal sagen kann, wer er genau ist, außer, dass er sehr passiv ist. Und auch wenn wir mit unserem Protagonisten ein paar Themen streifen und ein paar Themen mitnehmen, ist unser Protagonist doch sehr unentschlossen in allem, beziehungsweise er ist nicht wirklich zielgerichtet in seinem Leben. Man hat das Gefühl, sein Leben passiert ihm immer. Er ist sehr passiv in allem, außer in seiner Kunst. Er zeigt nicht wirklich Ambitionen, irgendwas zu machen, um sein Leben auf eine bessere Spur zu bringen oder um irgendwelche Lebensziele zu erreichen. Man hat das Gefühl, er hat gar keine Lebensziele. Also ihm fehlt irgendeine Ambition. Man hat das Gefühl, die Kunst ist das Einzige, in dem er entscheidungsfreudig ist. Die Kunst ist das Einzige, für das er Entscheidungen treffen kann. Ansonsten lässt er sich wirklich von den Dingen, die in seinem Leben passieren, gerade so hin und her treiben. Und dann kommt man irgendwann zu einem Punkt, wo man mit dieser Geschichte und mit dem, was man sonst von Wellbeck kennt, in diesem Roman dann ziemlich in den Seilen hängt, weil man nicht weiß, was es darstellen soll, wie es noch weitergehen soll. Und weil man eben eigentlich Werke von Wellbeck gewohnt ist und dieses hier eben so anders ist von dem, was man bisher gewohnt ist. Also man hat eine ganz schön lange Zeit kein wirkliches Gefühl dafür bekommen, wo es mit diesem Werk noch hingehen soll. Und als dann was passiert, als der Bruch kommt sozusagen, als dieses Werk klar macht, dass es jetzt woanders lang geht, dann muss man eben damit klarkommen, dass es ganz anders weitergeht. Wenn ich jetzt so über das Werk spreche, habe ich das Gefühl, besser zu verstehen, warum es Wellbeck so gemacht hat. Also ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, was Jed Martin mit seiner Kunst macht, dass Wellbeck einfach das mit seinem Roman gemacht hat. Was ich natürlich schlau finde, aber vielleicht interpretiere ich auch zu viel hinein. Vielleicht habe ich einfach nicht kapiert, worum es eigentlich ging. Es wird ziemlich absurd, auch mit der Art, wie er sich dann in dieses Ende reingearbeitet hat. Also der Schriftsteller Wellbeck. Und dann steht man eben ziemlich allein da mit den vielen Fragen, die man hat zu diesem Werk und was das sein sollte und was das am Ende nochmal sein sollte und wieso Michelle Wellbeck das so gemacht hat. Und auch wenn es kein schlechtes Werk ist, weil es ja durchgehend hochwertig geschrieben ist und weil seine Gedanken zu Kunst und Jets Leben ja nicht verwerflich sind, sondern auch eines Gedanken wert sind, sage ich mal. Auch wenn man eben durchgehend weiß, okay, das ist ein hochwertiges Werk, so merkt man gleichzeitig aber irgendwie, dass diese Geschichte auf nichts zuläuft. Im Endeffekt läuft sie schon auf was zu, aber trotzdem ist sie so ziellos davongelaufen, würde ich fast schon sagen. Ich habe für mich gedacht, das ist eigentlich der schlechteste Wellbeck, mit dem man starten kann, bevor mein Mann sagte, ich glaube gerade deswegen wäre es der beste Wellbeck, mit dem man starten kann, weil es eben nicht so die Wucht hat und nicht so das überaus Dramatische hat, was seine Werke eben sonst haben. Er hat ja Werke, wo er mit gewissen Themen einfach komplett über die Stränge schlägt, wo wir eben seitenweise ein Thema auseinandergenommen haben, das sich dann in solchen Sphären bewegt, dass man als Normalsterblicher mit einer normalen Schulbildung eigentlich thematisch gar nicht mehr hinterherkommt. Und das hat man in diesem Werk eben gar nicht. Und wir haben auch nicht dieses Verlorensein, was ich sonst bei ihm spüre. Wir haben nicht dieses existenziell abgrundtief Traurige, das ich sonst bei ihm spüre. Wir haben nicht diese Enttäuschung am Leben zu sein, die ich sonst spüre. Wir haben einfach einen anderen Wellbeck. Und das mit der Fokusverschiebung am Ende, das macht mit den Gedanken, die ich habe, schon Sinn, aber das muss man als Leser natürlich auch aushalten können. Es war einfach nicht mein liebster Wellbeck. Er hatte nicht so eine Einschlagskraft in meinen Gedanken, wie er sie sonst hat. Er hat mich mit den Themen nicht so gepikst, wer mich sonst piekst. Er hat mich mit all dem eben nicht so geärgert, wie er es sonst kann. Vielleicht, weil es eben um andere Dinge ging in diesem Werk. Und es ist dann nun mal so, wenn mich ein Werk von sich aus schon weniger beschäftigt, dann ist es einfach automatisch weniger in meinen Gedanken. Und wenn es weniger in meinen Gedanken ist, dann wird es wahrscheinlich auch nicht so lange nachhallen. Von all den Werken, die ich von Wellbeck gelesen habe, ist das, glaube ich, das, was am wenigsten nachhallen wird. Ganz einfach, weil er in seinen anderen Werken viel existenziellere Themen bearbeitet. Themen bearbeitet, in denen ich mich ein bisschen intensiver einfühlen kann. Und ich habe auch das Gefühl, dass er in den anderen Werken so viel deutlicher macht, was es heißt, ein Mensch zu sein und was es heißt, verzweifelt zu sein. Das hat man hier irgendwie gar nicht. In diesem Werk ging es eben um andere Dinge. Jetzt habe ich alle Romane von Michel Wellbeck gelesen und auch wenn er gesagt hat, dass er keinen Roman mehr schreiben wird, so hoffe ich doch, dass er doch eines Tages nochmal ein Werk veröffentlichen wird. Ganz einfach, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Michel Wellbeck nicht schreibt, dass er einfach sein kann, ohne die Dinge in seinem Kopf aufzuschreiben. Weil ich weiß, was er in seinem Kopf hatte. Und das Zeug muss raus. Deswegen hoffe ich einfach, dass er weiterhin Bücher schreibt und weiterhin Werke veröffentlicht, auch wenn er sagt, dass er es nicht tun wird. Das nächste Buch, das ich euch vorstelle, habe ich ganz unverhofft zum Geburtstag geschenkt bekommen und habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Es handelt sich hierbei um die Tagebücher von Etty Hillesum, Esther Hillesum. Sie wurde 1914 in den Niederlanden geboren. Sie schloss ihr Jurastudium mit einem Masterexamen ab und studierte nebenher noch Slavistik. Leider wurde die Lage für Etty in den Niederlanden dann, wie für viele Menschen der jüdischen Bevölkerung, sehr schwierig. Und Etty beschreibt eben in ihren Tagebüchern, wie sich ihr Alltag gestaltet hat, aber vor allem, wie sich ihre Gedankenwelt gestaltet hat. Wie gesagt, ich kannte Etty vorher nicht und trotzdem hatte ich schon nach den ersten paar Sätzen das Gefühl, dass ich sie schon immer kannte, weil ich das Gefühl hatte, in ihren Worten wie in meinen eigenen zu lesen. Es ist gruselig gewesen, in wie vielen Dingen wir die gleichen Ansichten hatten, in wie vielen Dingen wir die gleichen Aspekte festgestellt haben. Es ist einfach so gruselig, wenn man die Tagebucheinträge von jemanden liest, der so ein anderes Leben hatte. Und doch stellt man fest, irgendwie waren wir uns doch so ähnlich, dass wir uns einfach sehr gut verstanden hätten. Also wirklich gut verstanden hätten. Etty ist für mich ein wahrhaftiges Phänomen. Ich würde euch dieses Buch wirklich empfehlen, einfach nur um Etty kennenzulernen, um einfach einen Menschen kennenzulernen, der so ist wie Etty. Sie ist unglaublich. Man findet hier einen unglaublichen Mix aus ungefilterten Alltagsgeschehen. Also sie schildert, was los ist. Sie schildert, wie schlecht es ihr geht. Sie beschreibt immer wieder die Angst, die sie hat. Und auch einfach der Gedanke, damit leben zu müssen, dass jemand meinen Tod will. Auch das hat sie immer wieder verfolgt. Aber trotzdem findet sie neben diesem vielen Grausamen, was um sie herum ist, findet sie trotzdem immer wieder den Mut in sich und die Motivation in sich, nach dem Guten im Leben Ausschau zu halten. Sie ist so bemüht, ihre Gedanken ins Reine zu bringen. Sie ist so bemüht, als Mensch standhaft zu werden. Sie ist so bemüht, eine Standhaftigkeit ihrer Seele irgendwie hinzubekommen, aber nicht, damit sie selber besser durchs Leben kommt. Nein, Etty will für andere eine Stütze sein. Sie will durch ihr Dasein irgendwie anderen dabei helfen, auch da zu sein. Es ist unglaublich, was für eine Menschenliebe in ihr steckt, was für eine Nächstenliebe in ihr steckt. Und es ist unglaublich, dass sie sich diese durch so schwere Zeiten nicht nur bewahrt, sondern dass sie in diesen schweren Zeiten erst richtig rauskommen, dass sie das als ihren Lebensfokus nimmt, für andere ein Pflaster auf deren Wunden zu sein. Das war für mich die reinste Form der Nächstenliebe, die ich jemals gelesen habe. Und es hat nicht mal unbedingt was mit irgendeiner Kirche zu tun oder ihrer Religion zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, wie sie davon überzeugt ist, dass ihr Leben einen Sinn hat, solange es jemand anderem durch ihr Dasein ein bisschen besser ging oder ein bisschen gut ging oder sie jemandem irgendwie helfen konnte. Das ist ihre einzige Lebensberechtigung, noch da zu sein, nämlich um für andere da zu sein. Aber das Ganze entwickelt sich erst. Eti ist auch ein Mensch, der sich einfach für viele Dinge interessiert und ein Mensch, der sich dafür interessiert, wie es in seiner Innenwelt aussieht, die sich wirklich Gedanken darüber macht, wie sie Klarheit in ihre Gedanken bringen könnte. Und dadurch, dass sie sich eben für ihre Psyche interessiert hat, lernt sie dann eines Tages Julius Spier kennen, den sie liebevoll J-Punkt nennt. Und dieser Julius wird nachher der Begründer der Psychochirurgie. Aber ich muss gleich dazu sagen, natürlich steckte die Psychologie damals noch in den Kinderschuhen. Es gab Dinge, die heute eigenartig wirken, von denen man damals überzeugt war. Und so gerät Eti eben an diesen Julius. Und sie lässt sich eben auch von ihm behandeln. Und auch wenn man heute vielleicht die Behandlungsmethoden in Frage stellen würde oder das Ziel dieser Behandlungsmethode hinterfragen würde, so begibt sich Eti doch in seine Behandlung. Und im Rahmen dieser doch heute absurd wirkenden Behandlung kommt es dazu, dass sich Eti eben mit ihrem Inneren auseinandersetzt. Und dieses Auseinandersetzen mit dem Inneren, auch wenn es hier so stattfande, wie es heute nicht mehr stattfinden würde, durch diese Auseinandersetzung mit ihrem Innenleben kommt es eben nach und nach zu einer Wandlung in Eti. Und sie wird einfach immer mehr ein gefestigter Mensch. Dieses Buch hat für mich eine unglaublich spirituelle Kraft. Sie hat eine unglaubliche Gottessicherheit, würde ich schon sagen. Also sie weiß, dass es Gott gibt. Und sie weiß es, weil sie mit Gott im Inneren redet, einen Dialog hält. Und gleichzeitig hat sie eben auch diese Nächstenliebe als obersten Wert in ihrem Leben und diese nicht in Frage zu stellende Sicherheit, dass ihr Leben einen Wert hat, solange sie jemand anderem eine Stütze sein kann. Sie ist so unglaublich gefestigt in ihren Überzeugungen, wenn ich nur ein Gramm davon hätte. Wenn ich nur ein Gramm davon hätte. Sie ist aber gefestigt in ihren Überzeugungen, weil sie so viel reflektiert. Nicht, weil sie einfach dumm und naiv daran glaubt, sondern weil sie immer wieder reflektiert. Und das Leben, das Leben an sich ist für sie der größte Beweis dafür, dass es Gott gibt. Und das reflektiert sie jeden Tag. Sie nimmt dieses, das Leben ist trotzdem schön und dass sie das noch in ihrer Situation sagen kann. Nein, das Leben ist trotzdem schön. Und auch wenn ich ein Mensch bin, der von sich eigentlich sagen würde, ich bin der Typ für die stillen Stunden. Und auch wenn ich von mir sagen würde, dass ich eigentlich schon ein Typ bin, der darauf achtet, den Blick auf das Schöne im Leben zu richten. Und eigentlich schon mir den Alltag so gestaltet, dass ich den Blick für das Schöne nie verliere, weil es einfach das Einzige ist, was ich noch habe im Alltag. Das Schöne im Leben. So hat mir Etti doch nochmal eine neue Dimension davon gezeigt, was es heißt zu glauben. Was es heißt zu glauben und überzeugt zu sein. Und was es einfach für sich heißt, einen Sinn in seinem Dasein zu finden. Diese unglaubliche Überzeugung, die sie gefunden hat in ihrem Dasein, dass es ausreicht, dafür da zu sein. Da hat es mir Dimensionen gezeigt, die ich so niemals für real gehalten habe. Auch die Tatsache, mit welcher Unverwüstlichkeit sie geglaubt hat, wie sie diese Stärke heranzüchten konnte, so einen festen Glauben zu haben. Und durch diese spirituelle Wucht, die sie einfach in sich hat, macht sie einem so viel klar. Und das habe ich hier niemals erwartet, dass ich eine Schwester im Geiste finde, dass ich jemand wieder finde, wo ich erschrocken bin. Dass man in manchen Aspekten so ähnliche Gedanken haben kann. Und dass man in all dem, was so Furchtbares um einen herum los ist. Dass man in all dem so viel Mut und Glaube finden kann. Dass man so viel Sinn für sich finden kann. Dass man trotzdem so viel für sich finden kann. Trotzdem. Ich kann die Tagebücher von Etty Hillesum aber auch jeden ans Herz legen, der nichts mit einem Gottkonzept anfangen kann. Oder mit der Vorstellung eines allmächtigen Gottes anfangen kann. Hier steckt auch viel drin, dass man einfach ohne Gottesbezug für sein Leben mitnehmen kann. Hier steckt viel drin, was es heißt, Hoffnung zu haben. Was es heißt, in den dunkelsten Stunden Hoffnung zu haben. Und wie es doch wichtig ist, dass es da noch jemanden gibt, der Hoffnung hat. Und weil es sich eben um die Tagebücher von Etty Hillesum handelt, muss man natürlich auch davon ausgehen, dass es nicht aufgebaut ist wie ein klassischer Roman. Also wir haben keinen Plot, den Etty uns hier erzählt oder den sie in einer sinnvollen Spannungskurve irgendwie aufrechterhält. Wir haben einfach ihren Alltag, ihre Gedanken, Dinge, die ihr passieren, Dinge, die ihr nicht passieren. Aber es geht eben viel darum, wie man sein Innerstes in Ordnung bekommt, wie man in seine Gedanken eine Ordnung bekommt. Und es geht eben darum, wie diese junge Frau irgendwie versucht hat, am Leben zu bleiben und irgendwie versucht hat, sinnvoll am Leben zu bleiben. Ich bin unfassbar dankbar, dass ich Etty kennenlernen durfte, dass ich jemanden kennenlernen durfte, der seine Gedanken und seine Seele so geformt hat, dass es tatsächlich jemanden möglich ist, so einen Glauben in die Welt zu haben, so eine Hoffnung auf dieser Welt zu haben, vor allem in ihrer Lage so etwas zu haben. Das war unfassbar wichtig für mich, sie kennenzulernen, ihre Geschichte kennenzulernen. Und ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Das war für mich und mein Leben eine unglaubliche Bereicherung, Etties Gedanken nachzulesen. Die Art, wie sie mit den Dingen umgeht, die ihr passieren. Die Gedanken, die sie sich darum macht und welchen Fokus sie dann für sich in ihrem Leben setzt. Worauf kommt es denn an, wenn es auf nichts mehr ankommt? Woran soll man sich denn noch festhalten, wenn man sich an nichts mehr festhalten kann? Wo soll man denn jetzt noch die Hoffnung hernehmen, wenn einfach keine Hoffnung mehr da ist? Ich denke, dass Etties Gedanken für sehr viele Menschen eine Bereicherung sein können. Ich lege es euch wirklich ans Herz. Gerade wenn ihr jemand seid, der sich oft verloren in dieser Welt fühlt. Auch wenn ihr jemand seid, der das Gefühl hat, nicht aus dem richtigen Material für diese Welt geschaffen zu sein. Ich denke, gerade für solche Menschen sind Etties Gedanken was sehr wärmendes, was sehr fürsorgliches. Natürlich an der Stelle, was für ein unglaublich gutes Geschenk war das. Also wirklich wortwörtlich ein Geschenk in meinem Leben, diese Gedanken von Etti zu lesen. Und das Herausragende ist immer noch, dass man zwar mit Etti so eine schwere Zeit durchmacht und schwierige Tage durchmacht und dass man trotzdem nicht aus dem Werk rausgeht und denkt, es hat alles keinen Sinn mehr, sondern man nimmt das, was man hier von Etti mitbekommen hat, das nimmt man irgendwie mit. Trotzdem, dass hier so viel Trauriges passiert. Trotzdem hat Etti uns gesagt, worum es geht. Für mich hat dieses Werk einen neuen inneren Parameter freigeschalten und dieser neue innere Parameter ist tatsächlich, was würde Etti tun und was würde Etti denken und was wäre für Etti jetzt der Fokus? Es ist nicht immer einfach, das Gute zu sehen und auch in solchen Situationen das Gute zu sehen. Aber ich denke, mit ihren Gedanken setzt sie hier einfach unfassbar gute Impulse. Sie steht für so vieles, was einfach heutzutage verloren gegangen ist. Für so vieles, wo ich das Gefühl habe, dass die Menschheit dringend danach sucht. Und für so vieles, wo ich denke, wo sich viele Menschen gut wiederfinden können, wo viele Menschen was für sich mitnehmen können. Und ich denke auch, dass das ein Werk sein wird, das ich immer wieder und immer wieder gern lese, weil ich auch immer wieder gern zu ihren Gedanken zurückgegangen bin. Auch jetzt während des Drehens habe ich immer wieder gern in diesem Buch geblättert, weil so viele Gedanken eben so unfassbar wertvoll sind. Wenn ihr das Werk schon vorher kanntet, lasst mir bitte einen Kommentar da. Ich bin einfach so hin und weg von dieser Frau, von der Kraft dieser Frau, von den Gedanken dieser Frau und bin dankbar, dass ich dieses Werk einfach erleben durfte. Fang Fangs wütendes Feuer habe ich von Fabienne vom Kanal Japan Connect zu Weihnachten geschenkt bekommen. Vielen Dank nochmal, liebe Fabienne. Und ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe von Fang Fang Weiches Begräbnis gelesen, hatte auch vor, wütendes Feuer zu lesen, aber der Moment hat sich irgendwie nie ergeben. Aber natürlich, jetzt wo ich es geschenkt bekommen habe, habe ich es natürlich gleich gelesen. Wir begleiten hier eine junge Frau in China. Wir sind in einer sehr ländlichen Gegend in China unterwegs. Yingzi ist sehr schön und in einer Hochzeitsband singt sie, womit sie einigermaßen gut Geld verdient. Aber es kommt, wie es kommen muss. Yingzi ist schön jung und sie lernt einen Tu-nicht-gut kennen. Eigentlich hat unsere junge Protagonistin kein anderes Ziel im Leben, als in Ruhe leben zu können. Und eigentlich sollte das ja auch nicht so schwierig sein. Aber in diesem sehr ländlichen China, geprägt von sehr starren, strengen Wertvorstellungen, ist es für Yingzi als junge Frau, als junge Mutter nicht ganz einfach. Natürlich ist ihr Schicksal irgendwie damit besiegelt, dass sie schwanger wird und eben jetzt an diesen Tu-nicht gut gebunden ist. Aber Yingzi versucht trotzdem irgendwie ein Glück in ihrem Leben zu finden, irgendwas auf die Beine zu stellen, um ihr eigenes Haus zu haben, um Herr über ihr eigenes Leben zu werden. Wir begeben uns mit unserer Protagonistin in eine ziemliche Abwärtsspirale. Man kommt auch schnell durch das Buch durch, weil man irgendwie das Gefühl hat, man rauscht so mit der Protagonistin nach unten. Und irgendwie weiß man auch gar nicht, wie man diesen jungen Mädel jetzt helfen könnte oder dieser jungen Frau jetzt helfen könnte. Und irgendwie hat man das Gefühl, sie macht alles nur schlechter. Auf der anderen Seite kann es ja gar nicht besser werden, wenn es immer so bleibt. Aber was wir auf jeden Fall durch Yingzi lernen und ihre Position und ihre Probleme, die sie hat, ist, wie die Gesellschaft ist, wie die Gesellschaft eben in diesen ländlichen Gebieten in China tickt. Und da ist es eben egal, was deine Frau machen will. Wenn deine Frau nicht auf dich hört, hast du als Mann ein Problem. Deine Frau hat auf dich zu hören. Und dann ist es eben egal, was du machen willst. Wenn deine Schwiegereltern was anderes machen wollen, dann ist es dein Problem und nicht das Problem deiner Schwiegereltern. Also es ist alles wirklich sehr starr und auch so, dass man einfach merkt, dass es unangenehm ist. Und je mehr unsere Protagonistin sich versucht zu befreien, desto starrer und brutaler wird alles. Und Fangfang nimmt überhaupt kein Blatt vor den Mund. Also ich bin es ja gewohnt, dass in chinesischen Romanen dort, wo chinesische Bauern reden, die Sprache doch etwas derber sein kann. Und das ist sie hier auch. Das gehört für mich dann aber in dem Sinne einfach dazu. Für mich braucht es kein Autor zu beschönigen, wie chinesische Bauern sprechen. Wenn die so sprechen, gehört das für mich dazu. Aber natürlich ist es erstmal ein kleiner Kulturschock, wie derbe mit ihr umgegangen wird, wie respektlos mit ihr umgegangen wird, wie man um ihr körperliches Wohl besorgt ist und wie sich Hingsi aber in dieser Situation von niemandem Hilfe versprechen kann. Natürlich muss man sagen, dass wir auch eine junge Frau als Protagonistin haben, die jetzt nicht die größte Lebenserfahrung hat. Also manches wird man vielleicht anders machen. Aber unsere Protagonistin, wie gesagt, die hat das erste Mal so einen blöden Typen kennengelernt und sie ist eben sehr jung an diesem Typen hängen geblieben. Es war schon zwischendurch ein bisschen gruselig, wie unglaublich negativ einfach der Einfluss des Mannes war, wie einfach mit dem Eintreten dieses Mannes in das Leben unserer Protagonistin das Glück vorbei war, wie er alles, was irgendeinen Wert in ihrem Leben hatte, zunichte gemacht hat, wie sie nur noch zu seinem Wohl abberufen war, wie sie nur noch dafür da war, damit der Mann glücklich ist, damit das Kind versorgt ist, damit die Schwiegereltern glücklich sind, aber niemand mehr danach gefragt hat, wie es ihr eigentlich geht. Und das Schwierigste war für mich auch noch zu ertragen, zu ertragen, dass unsere Protagonistin ja recht hatte. Also es ist doch nichts Verwerfliches, wenn man sein, wenn man sein Leben leben möchte, wenn man einfach nur die eigenen vier Wände haben möchte, in denen man seine Ruhe hat. Das ist ja nichts Verwerfliches. Und deswegen kommt einem Jingsis Schicksal eben nochmal derber vor, weil es einfach nur um eine junge Frau geht, die einfach nur ihre Ruhe haben will. Und ihr wisst vielleicht, wenn es darum geht, dass Menschen nur ihre Ruhe haben wollen, da werde ich mich verkämpfen für Leute, weil ich will auch nur meine Ruhe haben. Und wisst ihr, wenn man dann so ein paar Mal Auseinandersetzungen hatte und so ein paar Mal an dem Punkt stand, wo renne ich jetzt hin in meinem Leben, wo ist noch für mein körperliches Wohl gesorgt? So wie man es hier mit der Protagonistin eben durchmacht, dann weiß man im Endeffekt auch nicht mehr, was sie am besten hätte tun sollen. Weil glücklich wäre sie so oder so nicht geworden. Also es gibt für sie irgendwie kein Modell ihres Lebens, in dem sie hätte glücklich werden können. Und das hat Fang Fang sehr gut deutlich gemacht, dass es manchen Frauen zu dieser Zeit in diesen ländlichen Gebieten in China, die eben was anderes wollen, die eine andere Vorstellung von ihrem Leben haben, dass es für die eventuell keine Möglichkeit gibt, glücklich zu werden. Weil die Umstände vor Ort, weil die Gesellschaft vor Ort das so eben nicht akzeptiert. Yingsi stellt auch in ihrem Verhalten diese Zerrissenheit dar. Also auf der einen Stelle möchte man ja nicht das Enfant terrible sein. Man möchte ja nicht diejenige sein, die die Familie auseinanderreißt. Eigentlich wollte man diejenige sein, die irgendwas bewegt in diesem Leben. Und es wird bei Yingsi eigentlich ziemlich gut klar, dass sie eigentlich jemand ist, der was Gutes bewirken wollte. Aber jetzt wird sie eben immer als der Bösewicht dargestellt. Aber trotzdem gibt es ein Thema, bei dem die Protagonistin wahrscheinlich anderen Lesern auch vor den Kopf stößt. Und das ist ihr Kind bzw. die Beziehung, die sie zu ihrem Kind hat, die sehr viele Fragezeichen aufwirft, wo man einfach nicht nachvollziehen kann, wie es so weit kommen kann. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich, dass unsere Protagonistin, die hatte eine andere Vorstellung davon, wie sie Mutter wird. Und natürlich ist es dann sehr schwer, sich mit dem abzufinden, wie man dann in der Realität Mutter wurde und die Möglichkeiten, die man dann eben als Mutter hat. Also ich weiß nicht, ob diese ganze Situation einfach so nicht dem entsprochen hat, wie sich Yingsi das vorgestellt hat, dass sie eben sich nie vorstellen konnte, sich da in diese Mutterrolle einzufügen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es in unseren Gesellschaftskreisen eher komisch wirkt, wie sie dann über ihr Kind denkt und welche Entscheidungen sie dann für ihr Kind und sich trifft. Aber ich kann es auch stehen lassen, dass Fang Fang die Geschichte eben so geschrieben hat. Punkt. Ich finde, das Buch ist gut als Einstieg in die chinesische Literatur geeignet. Wir haben Fußnoten, in denen was erklärt wird, wenn was nicht klar ist. Wir haben eine überschaubare Anzahl an Protagonisten, sodass es nicht zu schwierig wird mit den Namen. Und es hat auch eine erträgliche Länge, sage ich mal, um sich in fremde Gefilde der Literatur zu wagen. Mir hat dieser Kurztrip nach China auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und hat mir auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Lust auf China gemacht. Nach Mo Jans, Das rote Kornfeld, war ich ziemlich übersättigt mit China. Ich war so papsat nach dem Meisterwerk. Aber ich bin froh, dass ich mit Fang Fang jetzt wieder eine modernere Stimme der chinesischen Literatur gehört habe, die mir wieder eine andere Facette von China gezeigt hat, die mir sehr derbe Facetten von China gezeigt hat. Aber wenn ihr noch nie in China unterwegs wart, kann ich euch das als Einstieg allemal empfehlen. Und ich war mal wieder in antarktischen Gefilden unterwegs mit Julian Sanction oder Julian Sanction, I don't know. Irrenhaus am Ende der Welt. Der Autor studierte europäische Geschichte in Harvard, er ist Journalist und Irrenhaus am Ende der Welt ist sein Debütroman. Er beschreibt hier die Belgiker Expedition, die von 1897 bis 1899 andauerte und nicht ganz so verlief, wie man sie geplant hatte. Ihr wisst vielleicht, ich bin riesengroßer Expeditionsfan. Ich liebe Expeditionsberichte in die Antarktis, vor allem in die Antarktis. Der Kenner weiß, die Antarktis ist ein Kontinent. Die Arktis ist eine schwimmende Eisplatte. Ich liebe es auf jeden Fall von diesen abenteuerlichen Reisen zu lesen, zu einer Zeit, als Menschen eben noch nicht alles mit dem Handy bestreiten konnten und zu einer Zeit, als man noch keine Vorstellung davon hatte, wie es überall auf der Welt aussieht. Wir starten hier wie bei jedem guten Expeditionsbuch mit einem jungen starken Kerle, der große Träume hat, viel Geld hat, aber niemand, der an ihn glaubt. Es geht erstmal um den belgischen Kommandanten, unter dessen Führung diese ganze Expedition stand. Er war der Initiator dieser Expedition. Er hat die Gelder eingesammelt für diese Expedition und es war, wow, die erste und einzige belgische Antarktis-Expedition. Natürlich lernen wir alle Besatzungsmitglieder kennen. Die sind auch wichtig, weil wir uns sehr lange mit diesen Besatzungsmitgliedern auf einem Schiff befinden und diese hohe Kunst aus, die Leute müssen schon wissen, wie der Einzelne tickt, damit man nachher versteht, wie sich die Dynamik auf diesem Schiff verändert, damit man nachher versteht, wieso es zwischen manchen ein bisschen schwierig wurde, wieso man die eine nicht zusammen in eine Kabine stecken kann, die anderen zwei schon. Und dieses Feingefühl hat der Autor. Er weiß genau, was er uns erzählen muss. Er weiß genau, was er uns erzählen muss, wo die Leute herkommen, damit man nachher versteht, welche Rolle sie auf diesem Schiff spielen, mit welchen Motiven sie auf dieses Schiff gegangen sind, welche Ziele sie im Leben haben und was für diese Menschen eben im Fokus stand. Es gab viele Gründe, in die Antarktis zu fahren. Viele Gründe. Aber es war naiv zu glauben, dass jeder den gleichen hatte. Also wo der eine Ruhm und Reichtum für Belgien wollte, da wollte der eine nur Erfahrung sammeln, weil er selbst irgendwann mal der größte Expediteur auf der Welt sein will. Was dieses Buch jetzt vorrangig von all den anderen Expeditionsbüchern unterscheidet, die ich bisher gelesen habe, ist die Tatsache, dass wir die sehr wertvollen, sehr detaillierten Aufzeichnungen eines Arztes haben. Ich weiß, es mag sonderbar erscheinen, aber es ist so, dass nicht jeder ein Publikationsrecht hatte, nachdem man auf einer Expedition war. Und es ist so, dass nicht immer auf die Aufzeichnungen des Arztes Wert gelegt wurden, nachdem man auf einer Expedition war. Also meistens haben sich die Leute eben für den interessiert, der das Sagen hatte auf der Expedition und nicht unbedingt für den Schiffsarzt. Aber hier haben wir eben, dem ein oder anderen dürfte er bekannt sein, Frederick Albert Cook, der als Arzt auf dem Schiff ist. Und wir haben vor allem Roald Amundsen. Und ich finde, an Cook und Amundsen merkt man im Gegensatz zu den anderen Besatzungsmitgliedern, was es heißt, ein Macher zu sein. Und das meine ich nicht arrogant und das meine ich nicht eingebildet oder irgendwie so. Man merkt einfach durchgehend durch das Buch hindurch, durch die Aufzeichnungen, die sich die beiden machen, durch die Art, wie sie mit ihren Fehlern umgehen, merkt man einfach, wieso die einen es schaffen und die anderen dann nicht. Wieso als Roald Amundsen nur der Amundsen werden konnte, der im Endeffekt werden wollte. Das war ja sein Ziel. Der größte Entdecker aller Zeiten zu werden. Und man merkt einfach durchgehend in dem Buch, wie es darauf ankommt, wie man mit seinen Niederlagen umgeht. Und das wird einfach so klar. Wie es einfach für den einen eine Niederlage ist, etwas herauszufinden. Herauszufinden, dass etwas nicht geht, ist eine Niederlage. Und der Amundsen dachte, ja gut, das geht nicht. Dann suchen wir was anderes. Das geht. Das wird einfach durch das Buch hindurch so deutlich, wie es einfach nur auf dein Mindset ankommt, ob du das schaffst oder nicht. Natürlich ist es nicht in allen Belangen so einfach, aber ich finde, der Autor hat so einen herausragend guten Job geleistet, die Charaktereigenschaften der Besatzung klarzumachen. Und dann eben auch klarzumachen, wieso die einen dann in der Situation das machen und die anderen eben sich lieber an ihrer Verzweiflung laben. Und die Tatsache, dass wir einen Arzt mit an Bord haben, die Tatsache, dass wir einen Arzt haben, der auch Bericht darüber führt, wie es seinen Patienten geht, das hat das Ganze eben für mich zu einem einmaligen Erlebnis gemacht. Wir haben natürlich Probleme unterwegs. Wir bleiben im Packeis stecken. Die Lage ist sehr unklar. Wir erleben eine Polarnacht, eine sehr lange Polarnacht. Es wird dunkel und dann wird es aber sehr lange nicht mehr hell. Und was das eben zu einer Zeit mit Menschen machte, wo man sehr wenig über die Psychologie wusste, wo man sehr wenig darüber wusste, wie viel es wert ist, dass der Mensch Tageslicht bekommt, wo man sehr wenig darüber wusste, wie man überhaupt in solchen Gefilden überlebt, was man da braucht, was man da essen könnte, welche Nahrungsquellen es geben könnte. Man weiß es ja nicht. Und dann kriegt man das Ganze auch noch so atmosphärisch gut dargeboten, dass man sich selber verzweifelt fühlt, dass man selber auf der Couch hin und her wackelt und sich nur wünscht, dass diese furchtbare Nacht endlich aufhört, dass diese Monate ohne Sonnenlicht endlich vorbei sind, dass wir uns vor dem Ofen selbst von der Sonne erzählen, weil wir die Sonne schon so lange nicht mehr gesehen haben. Aber sie war da. Sie war echt. Und das hat der Autor geschafft, mich auf die Belgiker zu verfrachten, mit den Menschen die Polarnacht durchzumachen, Läuse haben, Skorbut haben, Haarausfall, Krankheiten, Aggressionen. Auch die Tatsache, dass die Menschen damals einfach nicht wussten, wie man sich hilft. Also wenn ich jetzt denke, oh mein Gott, ich halte es hier komplett gar nicht mehr aus, dann habe ich mit meinen 35 Jahren wahrscheinlich schon ein paar Mechanismen gefunden, wie ich machen könnte, dass ich es aushalte. Aber damals, wo es eben um Überleben oder nicht überleben ging, dann war es eben nicht so schwierig, da noch Dinge zu finden, wo man denkt, okay, mit diesem Mechanismus könnte ich es mir jetzt angenehmer machen. Die Leute waren so erbärmlich auf sich allein gestellt. Aber natürlich war das für manche so, die Zeit zu scheinen, die Zeit groß rauszukommen, da wo die anderen strugglen. Da kommen andere noch ganz gut zurecht. Und all diese verschiedenen Facetten zu sehen und beschrieben zu bekommen, auch die Tatsache, dass der Arzt, der während dieser Polarnacht die Aufgabe hat, sich um die Besatzung zu kümmern, dass dieser Arzt natürlich eine gute Position hat, weil seine Arbeit kam nicht zum Erliegen. Er kann immer weiterarbeiten, versteht ihr? Aber die Besatzung kann ja in der Polarnacht im festgefrorenen Eis, da kann man nicht viel machen heute. Und da ist auch nicht viel los auf so einem Schiff. Und was meint ihr, was da für Stimmung aufkommt? Da braucht es nicht viel, bis man jemanden mit einer Bratpfanne eins überhaut. Da braucht es einfach nicht mehr viel. Deswegen bin ich so dankbar, dass wir einfach Menschen haben, die sich fachlich mit Dingen auseinandersetzen, die das wirklich fachlich in eine Ordnung bringen können, die Aufzeichnungen, wertvollste Aufzeichnungen aus dieser Zeit in eine richtige chronologische Reihenfolge bringen können, die Dinge miteinander in Bezug setzen können, die wissen, okay, Amundsen Tagebuch sagt so, Kux Tagebuch sagt so, Garlasch Tagebuch sagte so. Und die all dieses Wissen dann zu so einer Geschichte zusammenfügen können. Dem Herrgott sei lobend Dank. Wirklich, Leute. Das ist für mich auf einer Stufe mit Erebus von Michael Palin, war für mich genauso herausragend. Hier, wie bei Erebus, versteht es der Autor, jeden in der Geschichte seinen Moment zu geben, jeden in der Geschichte seinen Platz zu geben und dann diese Geschichte mit diesen platzierten Protagonisten, mit allem drumherum, was eine Expedition ausmacht, auf den Punkt zu bringen. Es ist ja auch so viel, was bei einer Expedition dazukommt, Leute. Wir fangen ja erst mal an mit den ganzen Vorbereitungen. Also die Leute haben ja wirklich was zu erzählen, wenn sie über eine Expedition erzählen wollen. Da muss man eben ganz vorne anfangen. Das gehört einfach dazu. Manch einer kann das eben pfiffiger erzählen, wie die Leute an ihr Geld kamen, wie man eben, ja, um Sponsoren gebettelt hat. Und manch ein Autor kann es eben nicht. Aber hier, dieser Kerle, der kann es einfach, Leute. Und wenn wir dann auf Expedition sind, ist es dann auch noch wichtig, die Geschichte so beieinander zu halten, dass das nicht einfach nur wirkt wie der 13. Tag, alles ist weiß, der 14. Tag, alles ist weiß, sondern dass man eben noch ein Gefühl dafür bekommt, was es wirklich heißt, dann auf diesem Schiff zu sein. Und dann muss man das Ganze natürlich noch zu einem Schluss bringen und das Ganze in den gesamthistorischen Kontext setzen und dann eben noch sagen, was diese Reise für die Geschichte der Expeditionen bedeutet hat. Und das ist unserem Autor hier gelungen. Das war wirklich so ein Expeditionsbuch, wo von vorne bis hinten ein reiner Genuss für mich war. Wirklich genau das, was ich will, wenn ich von Expedition lesen will. Ich will das alles. Ich will das alles beschrieben bekommen. Ich möchte wissen, wie die ausrasten. Ich möchte wissen, wie ungepflegt die sind. Ich möchte wissen, wie ekelhaft und schwierig das war. Das möchte ich alles wissen, weil die hatten den Mut, das durchzustehen. Dann möchte ich auch wissen, wie es ihnen dabei ergangen ist. Ich kann dieses Buch wirklich jedem empfehlen, der sich für Expeditionen interessiert. Ich weiß, es sind nicht viele, aber ich liebe solche Geschichten. Das sind für mich die spannendsten Geschichten auf der Welt, Leute. Wie krass waren die eigentlich drauf und wie krass die drauf waren, das merkt man hier eben. Und deswegen bin ich dankbar für Leute, die ihr Fach respektieren, für Leute, die sich Mühe mit ihrer Arbeit geben, für Leute, die Zeit, Mühen und Kosten investieren, um so ein wertvolles Werk zusammenzuschreiben und mir ein Fitzel von einem Einblick geben zu können, was damals passiert ist. Wirklich nur so einmal durch den Türspalt gespickelt in die Kapitänskabine. So ein Gefühl hatte ich hier. Und es ist nicht einfach, Leute, wenn man so viele Besatzungsmitglieder hat, so viele verschiedene Wissenschaftler hat, die verschiedene Gebiete der Wissenschaft abdecken. Manchmal auch Gebiete der Wissenschaft abdecken, die eigentlich nicht so gut miteinander können. Und das Ganze dann eben zu so einer sinnvollen, unterhaltsamen Geschichte zusammenzuspinnen, dass ich auf der Couch einfach als wäre es nix, bin ich durch die Seiden geflogen. Dieses Buch hat mir auch noch mein Mann geschenkt. Also vielen Dank, mein lieber Mann. Das war natürlich, wie konnte es anders sein, genau meins. Das war jetzt bestimmt auch keine Überraschung, dass das genau meins war, weil es einfach ein herausragend gut gemachtes Expeditionsbuch ist. Dann noch mit dem Schmankerl, dass wir Aufzeichnungen von einem Arzt haben. Und dann eben noch der junge Roald Amundsen, der einfach immer heroisch wirkt, egal was er macht, auch wenn er einfach nur das Deck schrubbt. Hauptsache er ist dabei. Wenn ihr mal so ordentlich in der Antarktis bibbern wollt, kann ich euch dieses Buch hier empfehlen. Es ist voll von den Dingen, die man einfach nicht gebrauchen kann und schon gar nicht auf einer Antarktisexpedition gebrauchen kann. Aber es gibt Menschen, die haben es überlebt. Und natürlich haben wir in diesem Werk auch Bilder. Und was ich auch positiv hervorheben möchte, ist die kritische Auseinandersetzung mit manchen Sachen. Also es ist ja so, dass man nicht wegen des lieben Gottes die Welt entdecken wollte, damit man den Herrgott preist, sondern man wollte ja was von der Welt. Also man wollte Ruhm und Irre oder man wollte sich Ressourcen sichern oder man wollte sich eben Wissen sichern, wie es eben an bestimmten Stellen auf der Erde ist. Es ging nicht darum, die Welt zu retten, sondern es ging den Leuten natürlich um gewisse Dinge. Und der Autor macht es an vielen Stellen klar, dass natürlich mit den Expeditionen auch Geld verdient werden musste. Also eine Expedition hat sich erstmal nicht von allein gezahlt. Und zweitens muss man hinterher mit der Expedition wieder Geld verdienen, weil man meistens auch wieder weiterreisen musste. Und wie gesagt, diese ganzen Motive, die die einzelnen Protagonisten dann bei der Expedition haben, die sind nicht immer sehr ehrenhafte Motive. Das sind manchmal sehr egoistische Motive, aber nichtsdestotrotz waren es die Motive, die die Menschheit weitergebracht haben, versteht ihr? Also ich finde, man muss da beide Seiten betrachten. Natürlich ist es toll, dass Menschen hinausgezogen sind, um die Welt zu entdecken. Aber natürlich muss man auch sagen, nicht jeder von diesen hatte die ehrenhaftesten Motive. Und wenn wir ehrlich sind, die Welt wäre einfach nicht auf dem Stand, auf dem sie heute ist. Wenn einfach jeder die ehrenhaftesten Motive hätte, ist nun mal so. Ich bin durch dieses Buch wieder ein absolutes Expeditionsfieber gekommen. Ich habe meinem Mann wieder stundenlang nur von der Antarktis vorgeschwärmt. Und wie toll es dort ist und wie schwierig es dort ist. Und wusstest du eigentlich? Und wusstest du eigentlich? Und wusstest du eigentlich? Und hinterher war es dann so das. Deswegen kann ich euch sagen, ich hatte eine gute Zeit mit diesem Werk. Ich hatte eine gute Zeit mit dieser Besatzung. Es war für mich, obwohl ich schon so viele Geschichten von Expeditionen gelesen habe, doch noch mal was anderes. Ich habe noch so viele Feinheiten in der Geschichte entdeckt, die sich in anderen Geschichten wieder durchgezogen haben. Es ist ja auch absurd, wie man dann verschiedenste Expeditionen in Verbindung zueinander setzen kann, weil da war der von da und da war der von da und der war dann nachher nochmal bei Ding unterwegs. Und das war mein Plädoyer dafür, dass die Antarktis tausendmal cooler ist als die Arktis. Und das war auch wieder mein Plädoyer dafür, dass wir alle mehr Expeditionsgeschichten lesen sollten, weil Leute, ich liebe das Zeug. Ich liebe es einfach. Ich bin danach in absolutes Expeditionsfieber gefallen und musste mir natürlich gleich wieder ein Expeditionsbuch bestellen. Jetzt fängt die Kette wieder an. Ich brauche immer ein Expeditionsbuch zu Hause. Yay! Dann habe ich euch in diesem Video fünf Werke vorgestellt. Welches der vorgestellten Werke kanntet ihr schon? Welches Buch interessiert euch jetzt am meisten? Und wenn ihr bis hierhin drangeblieben seid, dann danke ich euch von ganzem Herzen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal. Tschaui! Ich habe wieder bombenmäßige, bombenmäßig, keine Gewalt. Hallo, Freunde. Ich hoffe, Freunde. Hallo, Freunde. Hallo, Freunde. Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es gut. Hallo, Freunde. Jetzt kann ich nicht mehr Hallo, Freunde sein. Ich mache mal kurz Pause. Ich mache mal kurz Pause. Buntes, abwechslungsreiches Bokeh an wunderschönen Werken gelesen. Ich bin ich weiß gar nicht, was ich sagen möchte. Hallo, Freunde. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich weiß nicht, ob ihr dieses... Also für mich wäre es jetzt ein bisschen... Also für mich wäre es jetzt ein... Ansonsten ist mal ans... Ansonsten ist mal ans... Ansonsten bin ich als Handkrank... Also... Ansonsten bin ich als... Und auch hier ist es so, dass eine... Und auch hier ist es so, dass eine... Positivität... Positivität... Wir begleiten hier Yingzi... Eine... Yingzi... 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 Ich hatte mal wieder... Ich hatte mal wieder Luft... Ich hatte mal... Ich hatte mal... Und was wir hier als Alleinstellungsmerkmal haben... Ich kann dieses Buch nicht so lang halten, Leute. Sehr detaillierten Aufzeichnungen eines Arztes haben.